kuckuck wünsche einen märchenhaft schönen tag sagen sie mal kenne ich sie nicht aus dem fernsehen nun die meisten menschen kennen mich aus dem kühlregal ich bin quasi ihre gute fee und sie haben jetzt drei wünsche frei ich wünsche mir etwas leckeres das das besonders cremig und aus tagesfischer milch und mit viel ernte frischem schnittlauch gemacht ist mensch da haben sie ein märchenhaftes glück junge frau noch frischer wäre unverschämt 15 22 23 23 23 24 24